Und das Baby hat sich jetzt gerade einer Maul wehgetan. Hat schon wieder vergessen. Jetzt geht es wieder von Mama, ne? Sie spielen jetzt. Das ist noch ganz anderes Fell, ne? Ja. Als das andere Baby. Ja. Die Mama hat das Fell. Und das andere Baby drüben, da ist das Gefühl, die struppig aus ist. Hm. Für den nicht. Das kippt jetzt schon. Guck mal. Das kippt jetzt schon. Großes kippt dann schon. Au. Ah ja. Oh. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Wenn du dir auch gut schickst. Au. Vielen Dank.